so und da ich ja noch zeigen wollte wie alle wie das ende ist wenn alle sterben und alle überleben beziehungsweise auch ein spiel durchlauf ich habe auch gemerkt habe dass das game an sich nicht so dolle bei euch allen ankommt habe ich mir gedacht es gibt hier diesen film modus und da kann man einmal alle überleben alle sterben auswählen und ich würde jetzt mit alle sterben anfang wurde das unkommentiert im film modus einfach nachfolgend euch zeigen wer hat dann auch noch die einzelnen kapitel später dann unterteilen damit es leichter zu finden ist oder wenn leute sich dann nur für das ende interessieren dann halt dass sie gleich zum ende springen können so oder so ja mal schauen wie das so läuft und dann gehen wir mal rein mit alle sterben bist du bereit den film zu starten ja let's go und euch wünsche ich viel spaß beim anschauen oder auch nicht wie gesagt ich habe selber gemerkt dass das nicht so das allergrößte interesse mit sich zieht das spiel obwohl ich das nicht so nachvollziehen kann denn ich finde es mega klasse es ist ein würdiger nachfolger für until dawn und ja naja egal gehen wir rein bis jetzt ein man ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielleicht hat das Schlag noch ja uns erwischt, könnte doch sein Wow, das ist ja Olympia-reifes Torpfosten versetzt Danke Echt imponierend Danke Hast dich trotzdem verfahren Weißt du Max, es ist okay Trotz allem bist du noch immer ein Mann Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika Goodbye Hot Dogs, bis später Apfeltorte Kolumbus war genau genommen nie in Nordamerika Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat Tja, ein Kerl, nachdem ein ganzer Tag benannt wurde Mach da raus, was du willst Oh mein Gott, okay Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird, bitte Ich bin dabei, ich bin dabei Gab es eine Wegbeschreibung im Flyer? Nein, nur ein Fake-Fest mit Fake-Kindern um ein Fake-Lagerfeuer Hast recht Alles okay? Ja, alles gut Hey, Augen auf die Straße, Mister Haha Tschess Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Du hast das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung. Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah. Aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich seh mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug? Von hinten? Ja, ja, okay. Okay. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Äh, ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heutzutels vor. Überall ist besser als hier. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Was, du bestimmst nicht über mich? Ich will nur nicht, dass du allein weggehst. Sag mal! So war das nicht gemeint. Ja, das will ich hoffen. Schatz, ich, sorry, ich muss mich wirklich konzentrieren hier. Hey, ja. Ich denke, jemand ist da unten, okay? Was ist? Vielleicht ein Verletzter. Ich muss mir das ansehen. Oh, Gott. Ich muss mir das ansehen. Ich muss mir das ansehen. Max? 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 Hey, hey, was schreist du so? Max? Max? Oh, mein Gott. Cyrus. Was zur Hölle war das? Auto. Schnell. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Los. Max. Okay. Hast du es gesehen? Nein, aber du hast gehört. Lass uns verschwinden. Komm schon. Komm schon. Oh Gott, ich denke, du hast ihn gecheckt. Das habe ich und es lief alles. Hase, ich weiß, du bist nervös, aber komm wieder runter, okay? Ich bin nicht nervös, Max. Ich bin am ausrasten. Es ist bestimmt nur irgendein Tier gewesen. Nein, es war kein Tier. Du hast es nicht gesehen. Es war eine Frau. Laura, das bringt nichts. Hörst du? Gut. Wer sagt es denn? Alles gut. Siehst du? Bring uns einfach weg von hier. Max. Ich bin dran, ich bin dran. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße. Oh, fuck. Oh mein Gott. Mein Herz ist explodiert. Bleibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Nein, äh, sie hat nur eine Beule am Kopf. Eine Beule, mehr ist das nicht. Ich meine, ist kaum spürbar. Meine Beule, nicht mein Kopf. Alles gut. Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Mhm. Hm. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist? Wir, wir sind gefahren und es ist wirklich stockdunkel hier und, ähm, ich weiß nicht, wir sind in ein Schlagloch geraten oder so, denn der Wagen scherte aus und jetzt sind wir hier. Ich meine, diese Straßen sind in echt schlechtem Zustand. Ja. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Äh, ja, ich bin nicht kriminell. Nein, das ist mein ersterliebster пока nicht. Erster cop. Es ist dein nur Righte für Helai. Ja, ich bin nicht der. hier draußen um die uhrzeit tun wir machen nur eine spritztour officer ist das verboten aus ihrem tonfall muss ich wohl schließen dass sie nicht wissen dass dies ein offenes jagdgebiet ist bis morgen nein das wusste ich nicht wir haben uns erfahren ehrlich gesagt wo wollten sie denn hin wir sind unterwegs nach hackett's quarry nicht das camp da wohnen wir kostenlos also ja sie schaffen das nicht bis nach hackett's quarry nicht heute nacht harbinger motel ist am nächsten dran dort können sie schlafen heute nacht okay ich denke wir halten uns an den plan zu hören ich meine mr hackett weiß dass wir kommen und wir haben angerufen nein ma'am sie fahren direkt zum harbinger motel haben sie verstanden bei allem respekt sir wieso können wir nicht nach hackett's quarry weil ich ihnen sage sie fahren zum motel okay ich verstehe nur nicht wo das problem bitte verlassen sie den wagen officer sie hat doch nichts getan ma'am ich möchte sie bitten mal auszusteigen ich werde ihnen eine rote auf der karte zeigen sie bleiben im wagen okay okay so wie sind ungefähr hier arbinger motel ist hier gut okay und wo war hackett's quarry noch mal ich bin sicher das personal im harbinger motel zeigt es ihnen gleich am morgen was soll denn das was soll denn das hankett Halt still. Entschuldigung? Ma'am. Ich komme schon allein klar. Alles okay? Ja, bestens. Sie können wieder ansteigen, Ma'am. Arbinger Motel. Nicht abbiegen. Schlaglöchern ausweichen. Eine gute Nacht. Mann. Wieso sitzt der Kerl noch da? Du warst eine große Hilfe. Brillant. Was meinst du damit? Du hast gezittert wie eine kaputte Waschmaschine. Ich hätte Hilfe gebrauchen können. Ich meine, du gefielst ihm besser. Weil ich... sehr sympathisch bin. Okay, wieder ab auf die Straße. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Korb. Ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also verschwinden wir. Ja, das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft. Ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier drauf. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das, das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Hey, fahren wir los? Hey! Hey, ist alles okay? Bin gleich zurück, ich hole kurz Hilfe. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Äh, keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da, da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Da war definitiv jemand drin. Okay. Okay, dann... Hammerzeit. Ganz sicher? Das wird aber super laut. Da wird Hilfe gebraucht. Wow. Das war super laut. Soll ich helfen? Ja. Du kennst Evil Dead, oder? Hallo? Sind Sie hier? Existieren Sie? Hey, passt bloß auf. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war... Da war jemand hier. Ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht. Weißt du? Lass uns einfach zum Hotel. Wir kommen wieder her. Ganz früh am Morgen. Dann können wir uns umsehen. Aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein. Ich auf jeden Fall. Ich denke, unser Phantasmus... Max? Max! Max! Ich blute. Hilfe. Hilfe. Ich blute stark. Tut mir leid. Ichzil tut mir leid. Unschneutral. Mama! 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 Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sag halt, Nick. Du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High Five, Hop Hop! Oh, zu lahm. Echt jetzt? Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser Moskito-verseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich... Wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Soll das ein Scherz sein? Das nennt man übrigens einbrechen. Nein, das nennt man Bergung unseres rechtmäßigen Besitzes. Warum gehen wir nicht zu Mr. Hackett und bitten ihn aufzuschließen? Abby, komm schon, unser Zeug liegt gleich dahinter. Sorry, nein. Wir gehen jetzt zurück zur Lodge, suchen Mr. Hackett und holen mit ihm das Gepäck. Schön. Emma. Okay, gut. Gut. Schön. Ich seh nur kurz nach, ob wir nichts vergessen haben. So, was du willst. Hey! Lass das sein! Ach! Es wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Willen wird sich nicht freuen, dass die Kids den lieben gelassen haben. Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Kann es losgehen? Los geht's? Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt vorspielen, nur du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Wärst du wohl vorsichtig? Sorry. 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 Okay, dann. Rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er... ziemlich süß. Wieso ist dein Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind vier Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber... zu euch. Du und Nick... habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Wurf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? E-Mail? Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Ich mach keinen Umweg. Oh, Daumen runter. Sie warten alle auf uns. Nick wird schon nicht gehen, ohne sich zu verabschieden. Scheiße, Abby! Nein, hab ich es etwa überfahren? Oh, Emma. Es lebt noch. Das sieht nicht gut aus. Was soll ich tun? Du musst das arme Ding erlösen. Emma, ich kann nicht. Abby, es leidet nur. Nein. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Es wäre unmenschlich gewesen. J-Mail, Jacob, ist okay. Ich hab'n vollen Akku, also... Oh, fuck, man. Ha, ha! Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. Edge, bevor wir fahren. Ah, eh. Hey. Hey, Nick! Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los! Wo ist euer Gepäck? Mr. Edge hat die Hütte schon abgeschlossen. Warum? Als Schutz vor Bären? Gut möglich. Ja, Bären können böse sein. Ganz besonders, wenn du etwa unaufgefordert aus ihrem Schüsselchen gegessen hast. Ich bin sicher, hier sind gar keine Bären. Ich wollte das Gepäck holen, aber jemand so... Wären wir da nicht Kriminelle und müssten ins Gefängnis? Du glaubst mir nicht, aber... Ja, so wär's. Ich denke, Mr. Edge wäre ganz schön sauer, wenn wir seine Hütten aufbrechen. Danke! Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mie-Party? Ich war... hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Da hieß sicher, so lässt man andere in Frieden. Du solltest unbedingt reinhören. Geister. Geister. Er fiel so allerhand Kryptozoologie eigentlich. Die Episode gerade eben handelte von diesem Ort. Oh, ja, ja. Du hast die Geschichte schon erzählt. Den Kitz am Lagerfeuer. Die Hexe von Hackett's Quarry. Ja. Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du doch nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Äh, sonst würde ich wohl nicht fragen, Frau Horst. Erzähl dir von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Sönt ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, ähm, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn's ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ach ja, kennst du eine coolere? Ja, nein, ich meinte, das ist nicht sarkastisch. Ich kann nicht so gut erzählen. Oh, nee, 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 ehrlich, Alter. Ist nur so falsch rausgerutscht. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hackettiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hoch, na los. Schwingt endlich die Hufe. Wäre easy, wenn unser Gepäck nicht eingesperrt wäre. Wie war das? Das klang für mich wie, aber klar, Mr. H., wir sind dran, Mr. H. Sorry, Mr. Hackett, aber unser Gepäck. Klar, Gepäck. Wir reißen uns hier den Arsch auf. Außer Ryan, der uns verarschen will mit seinen komischen Grusel-Stories. Okay, okay. Ich hab's ja kapiert. Äh, was sind das für Grusel-Stories? Die H von H's Kuh. Die Hexe von Hackett's Quarry. Ich wollte... Oh, ich bitte dich, Ryan. Hey, Sie haben noch den Wandschlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Äh, okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dillon? Wenn ich mal kurz an die Ladestation... Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Bitte, das ist super und cool, Mann. Hey, Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrten, Mann. Okay, jetzt hör auf. Fünf Minuten? Nur fünf Minuten, das wär genug. Mann. Er sagte nein, Dillon. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Du, äh, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Äh, oh, oh. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, nein, ich, ähm, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, okay. Oh, sorry. Hallo? Nein. Die sind bald weg von hier, okay? Kein Grund für so'n Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Das hält uns doch nur auf. Nein, sollte ich das? Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht... Ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur... gewartet. Also, ich mein, ich hab gehört. Ich, ich, ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Äh, kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Äh, nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also, was... Du wolltest was fragen? Oh, äh, ja, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Äh, also... Lass ich dann... Besser meine Schwester bei meinen Großeltern? Wenn ich auf dem Campus wohne... Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unser, unsere Familie ist eh schon so klein. Hm, Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Das hier ist wichtig für mich. Weißt du, was mir wichtig ist? Der Erfolg unseres Sommercamps. Ich muss noch die Verluste vom letzten Jahr rausholen. Äh... Ängstliche Kids vermiesen mein Business. Eltern rufen entsetzt bei mir an. Albträume, Daumen lutschen, Bettnässen. Denk da besser mal dran und erzähl nicht so einen Scheiß über die, äh, die, die... Die Hexe von Hackerts. Schalt dein Gehirn an, Champ. Das Ding da oben. Das war nur so eine Story von dem weirden Kind letzten Monat. Hey, sag das nie wieder, ja? In Hackerts Quarry ist jeder auf seine Weise cool. Ihr Betreuer habt ihr große Verantwortung. Macht die Kids glücklich. Und beschützt sie. Lass den Quatsch. Ja, klar. Ich meine... Wehr dich. Sag schon, Chris. Was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kaylee von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Schottplatz außerhalb der Saison. Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, hab ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kam doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Aha. Jetzt aber zock ich. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Fon wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan? Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also, los geht's. Hey, was ist mit dem Gepäck? Ich werd's euch nachschicken, gleich morgens. Hey, nein, nein, ich gehe nicht ohne... Wir haben keine Zeit mehr. Na los, Jacob, lass ihn an. Was ist denn? Ach, alter, ich denke, ich glaub, die Karre springt nicht an, Mr. Ed. Oh, das sehe ich. Ja, alter, das Ding ist... kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf, aufhören, alle beide. Shit. Okay, alter, chill. Chill, alter. Ach, verdammt. Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Ach, verdammt. Okay, okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp. Lass mich denken. Okay, verdammt. Du hast recht, du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Oh, vergallt. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertraue mir. Ich vertraue dir auch. Kannst du das? Schließ die Türen. Und um Gottes Willen, seid leise! Also, was sollte die Nummer... Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Ähm. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene, bereit mal so richtig, die Sau rauszulassen. Oh, geile Idee! P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, alter! Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Ähm, was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie, äh, wie Ryan mit seiner Grusel-Story. Warum sollte er das machen? Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Chris schien die Sache sehr ernst zu sein, Leute. Jetzt zieh dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, aber... Alter, er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, 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 schon gut. Alter, ist schon gut. Wir haben's kapiert. Schon klar. Du... Du willst brav sein für Daddy. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich mach, was Chris... Ryan, komm schon, Mann. Warte. Okay, 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 Hacketiere. Party-Planungs-Komitee. Los geht's. Ähm, okay. Fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Äh, Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer? Und, äh, Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden. Oder so. Okay, los geht's! Und, äh, Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden. Und, äh, Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden. Und, äh, Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden. Wir sitzen fest, gestrandet, in der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch- Damit du's weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Und Schnitt. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Okay, also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep. 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 Was wird das denn? Beep? Oh! Haha! Äh... Das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Ah! Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lehm du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Die Kids haben echt alles leer geräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Das ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha ja. Oh. Jackpot. Hey, ähm. Sieh nur meine Riesenmelonen. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Dann rein mit dem Wodka. Und Party-Time. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja. Mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Okay. Ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Party-Kram um. Wer kauft den Scheiß? Hm. Hallo, alte Freunde. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Hm. Perfekter Mundo. Fehlt nur ein Versteck. Jakob! Jakob! Emma? Hallo? Ey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Spinne! Oh mein Gott! Bist du irre? Ich kann nicht. Kann nicht mehr. Was stimmt denn nicht mit dem Mann? Ich hab noch nie so viel lachen müssen. Gott verdammt, scheiß Spinnen, Mann. Du bist vor Schreck abgehoben. Nein, bin ich nicht. Gott verdammt! Hast du den Scheiß etwa gefilmt, Emma? Gott im Himmel! Fuck, Mann. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze! Heiß! Heiß! Woo! Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das eine an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist der böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein. Er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um... Menschenrechte. Oder so. Sicher. Klar. Gott. Mal sehen, was es hier zu holen geht. Festhalten? Sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh, ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom! Ich will mich umsehen. Wie du willst. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein... Code. Okay. Fertig. Du willst, äh, die Knarre echt behalten, hä? Ja. Für Bären. Okay. Also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Ah, okay. Bin drin. Ah, sehr gut. Was ist noch da drin? Ähm, nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, 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 Emma. Feuerwerk. Ich finde, Feuerwerk geht etwas zu weit. Was? Du hast eine Flinte. Was spricht da gegen Feuerwerk? Die Flinte dient dem Schutz vor Bären. Das Feuerwerk könnte einen Waldbrand auslösen. Blöde Waldbrände. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen. Oh, oh, Mann. Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings Butter Pops. Sind die nicht für Kinder? Was? Ja, ja, aber ich war auch mal Kind. Du warst eins? Okay, ähm, hör zu. Probier einen davon und ich verspreche, du änderst deine Meinung. Keine Chance. Pop, pop, Peanut Butter Butter Pops. Pop, 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 I'm in your mouth. Komm schon, das ist der beste Snake aller Zeiten. Okay, vergiss es. Heißt wohl, mehr für mich. Hey, ähm, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Ähm, bitte was? Kiste? Oh, das meint ein Behälter. Oder Po. Nein, das darf vor. Schubskarre? Äh, ja. Äh, okay, äh, das ist, ähm, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Ladies first. Danke. Wollan? Okay, das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Pff, okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts? Ja. Okay. Lass mich raten. Du hörst gerade einen Podcast mit... unheimlicher Musik, geheimnisvollem Erzähler und... abstosen Geschichten, in dem irgendein Langweiler zu Hause sitzt und Theorien spinnt über Area 51 und Bigfoot. Sorry, das ist sicher nicht dein Ding. Das soll nicht heißen... Hm, ja, wie auch immer. Ich mag sowas halt. Tja, vielleicht hör ich mal rein. Nee, mach, was du nicht lassen kannst. Nein, Ryan, das ist mir jetzt echt wichtig. Wie heißt der Podcast denn? Bizarr oder banal? Du findest es unglaublich witzig, dass banal wie anal klingt, oder? Keine Ahnung, wo du sprichst. Einfach unglaublich. Banal. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Oh, einfach so. Dein Handy weiß sonst gar nicht mehr, wofür es eigentlich da ist. Uff, Volltreffer. Danke, und jetzt wollen wir mal sehen. Dein Handy. Dein Handy. Was? Wer ist dran? Hallo? Will dich. Ich dachte, da wäre jemand dran. Vielleicht sollten wir nicht rumschnüffeln. Mann. Ey, wozu das Gewehr? Chris, Mr. H. meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr. Ja? Lass es doch einfach. Lass es einfach. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho Most Dangerous Game mäßig drauf sind. Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was, was wenn, okay, sagen wir mal, was, wenn jemand uns umlegen will? Im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall. Na gut, Mann. Jo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Äh, entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha, 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fass auch nix an. Gut. Aber wir, wenn nicht? Ich verspreche nichts, aber... Ich bin kein Sportler. Ich bin kein Sportler. Wow, da ist... Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Äh, Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Oh. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine... Nein, nein, das kann nicht. Das sind nur... Das... Das sind... Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach... normale... Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie... Bigfoot und so. Solche Sachen halt. Äh, okay. Ab sofort nenne ich Mr. H statt... Super-creepy... Perversling... mit Kamera. Dann... Also... Vollverrückter Verschwörungsjäger. Allerdings ist Bigfoot keine Verschwörung. Okay, klar. Wie wär's dann mit angehender Krypto-Zoologe? Hey, vielleicht kannst du ihm deinen Podcast empfehlen. Sicher. Ja, guter Vorschlag. Okay, nur... Warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Äh... Also... Versteckt ist übertrieben. Er ist nur... hinter... so... Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega-suspekt, Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich... Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das... Das geht uns nichts an. Und wenn's dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, frag ihn. Okay, ja. Mach ich vielleicht. Ja, dann... Mir reicht's mit diesem... Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Okay, nicht sehr spannend. Ah. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist es hier draußen eigentlich echt schön. Sie sind manchmal unanstehlich, was? Ja. In deinem Markkurs sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Gute Wahl. Auf zu dicken Stöcken. Dicke Stöcke? Ja. Ja, für das Lagerfeuer und so. Reicht das Holz jetzt? Äh. Noch nicht. War das hier früher ein echter Steinbruch? Ähm, ja. Einige der Höhlen hier sind echt weitläufig. Ist wie ein Labyrinth da unten. Cool. Ist das wirklich sicher? Was, hast du Angst? Nein. Hast du? Nein. Shit. Alles gut. Ganz ruhig. Tch. Fragst du dich je, wie es weitergeht? So, nach unserem Tod? Voll deprimand. Nein, ich meine, die Zukunft. Ja. Schon manchmal. Andauernd. Also viel zu oft. Verstehe ich total. Manchmal versuche ich einfach, loszulassen, weißt du? Hä? Na, was immer auch geschieht, sollte so geschehen. vom Schicksal vorherbestimmt. Fest. So würde ich es jetzt nicht nennen. Vorherbestimmte Zukunft? Man hat selber die Kontrolle und kann Details ändern. Sie ändern sich mit der Zeit. Die Richtung bleibt aber immer fest? Ja. Weiß nicht. Das klingt irgendwie hoffnungslos. Nein, ich meine, so kann ich tun, was immer ich will, ohne mich schlecht zu fühlen. Nichts Schlimmes. Schätze, das ist ziemlich befreiend. Auf soziopathische Art und Weise. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Wow. Mal mich. Oh, sorry, ich will das nur kurz zeichnen. Claire, sorry, dumme Idee. Ich mach das nur kurz fertig. Lass dir Zeit. Hey, hörst du das? Hm? Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal, da ist irgendwas. Ah, da! Er ist so winzig. Oh mein Gott, er ist so süß. Sachte. 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 Ach nein, das ist Rotz. Das Vieh wollte mich killen. Wir sollten zurückgehen. Jetzt habe ich Sandy wieder und kann nichts damit anfangen. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt! Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur... Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kills beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, äh, was geht hier so? Ist alles ready? Immer noch kein Netz. Ah, ja. Puh, voll langweilig. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein Satellit vom Himmel gefallen oder so? Ja, ist in den Wald gefallen und weckte somit die Hexe von Hecke. Okay. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay? Denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Ikit. Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick. Gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötzer haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war ne Sau. Oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Oh mein Gott, nicht etwa die Haxe von Hecke's Quarry? Was? Ich dachte, du hast den Spruch. Für Jokes muss man Opfer bringen. So ist's brav. Oh, ich würd euch so gern zu kleinen Püppchen schrumpfen, in meine Tasche stopfen und mit euch spielen, wenn ich schlechte Laune hab. Okay. Wow. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit ner Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Äh... Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und? Und? Wir bringen euch ne handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hecke's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, hey. Gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Äh, ich lass euch deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Komm schon. Da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis? Peanut butter butter pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Wirst schon sehen. Jawohl! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot bist. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Oh Gott. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. Drei Jahre in Folge, ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du ein Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn du... Okay, Jungs. Ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt. Alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt es an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke. Bye, bye. Und, ähm... Wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Schön. Und deine Zeit zu zweit mit Emma? Ach, Alter. Unglaublich. Sie ist total verknallt in mich. Ach, ja? Ja. Fehlt nur noch eine Lösung für das Fernbeziehungsding. Ist es das, was sie will? Woher soll ich das wissen? Ich meine, du könntest fragen. Ich fragen. Das ist witzig. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid die Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte jetzt gib sie mir. Ah, ah. Du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs. Das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nickt zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung. Denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte. Kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Echt Pech, Alter. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Oh, Mann. Ich glaube, du willst die Butterpops gar nicht haben. Schon gut, Alter. Ist ja keine offensichtliche Metapher für deine Sexkünste oder so. Oh, doch. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr. Okay, Alter, du hast doch mal eine Donnerbüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey. Okay, das qualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein. Oh, was ist, Jakey? Huh? Huh? Pop, pop, peanut butter butter pups. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Bam. Ihr dachtet, das wär's? Was zum Brot? Pop, pop, peanut butter butter pups. Walk right through that door. Walk right through that door. Walk right through that door. There's one more decision, secret to keep. A hand. What? Was? I'll take the keys. I'll take the keys. Shake in. The words right out of me. Of all my decisions, the best ones in race. True words to say. Okay, neue Idee. Partyspiel. Kommt, Leute, vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre. Also, Dylan-Style. Okay, alles klar. Jemand fragt dich Ruf oder Ehre, dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also, normale Standardregeln. Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, egal. Supi. Ich mein, du kriegst eine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ähm... Ruf. Lieber mal smooth bleiben, hm? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwen gepennt? Oh, äh, äh... Ich... Hast du je mit irgendwen gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Ähm... Oh Gott, ich kann... Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon mal einen. Okay, okay, ähm... Okay, okay, ähm... Ich weiß nicht. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Ruf. Bin ganz offen. Okay, okay. Dann lass doch mal hören. Klar doch. Du und Mr. Hackett. Na ja, klar. Was habt ihr in dem Büro gemacht? Tja, ich weiß, worauf du aus bist. Ist aber keine... Große Sache. Aber... Wenn du's wissen willst... Ich brauch den guten Rat. Nen Rat, ja? Oh, wow, wow, ähm... Okay, ich weiß schon. Okay, also, äh... In den Einstellungen gibt's ne Option. So ein Inkognito-Modus. Und dann klickst du da... Nein. Ernsthaften Rat. Zur Schule. Und das ist unfair. Die Frage war schon beantwortet. Äh... Können wir dir helfen? Ich weiß nicht. Ihr habt eigenen... Scheiß... Laufen. Außerdem... Ich glaub schon, von dem Bord Schule kriegt Jacob gleich Hämorrhoiden oder sowas. Hä? Ey, was hab ich dir getan? Okidoki. Wen nehme ich? Äh, ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, Ehre. Ehre, Mann, komm schon. Okay. Ich sage... Du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Nackt. Oh, cool. Oh, fuck yes. Ich spring voll über das Ding, aber sowas von. Äh, ja, finde ich keine gute Idee. Nein, Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto. Du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon, ich kann das. Nein, komm schon. Schön, Veto. Siehst du was? Leck mich doch. Okay? Nimm jemand anders. Wie du meinst, dann bin ich dran. Mach doch. Emma. Ehre. Emma, also du küsst... ...Jacob... ...Oder... ...Nic. Na dann. Ja. Äh, sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine todsichere Sache. Das ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Äh, M. Ähm, im Ernst jetzt? Es reicht. Es reicht! Danke, Nick. Er ist gut. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Flick dich doch. Öh, nur ein Spiel. Ja, fuck, war es echt nicht. Jacob. Hol Luft. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl... ...mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Erby. So. Hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Oh, verdammt. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Benni? Bist du hier? Abbie? 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 Nein, was fängt nicht an? Wow, ich bin's nur. Sorry. Hey. Ähm. Hi. Du bist... weggerannt. Sorry. Der Rauch. Weißt du, so vom Feuer. Ich hab nur Luft gebraucht. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser Rauch kann ganz schön fies sein, was? Mhm. Ist aber kein Grund wegzulaufen. Schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich hab einfach... mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das war alles. Ich glaub nicht, dass Emma hinter der Sache steckt. Wer sonst? Tja, Caitlin. Oder alle. Vielleicht. Vor allem Caitlin. Ist ihr Stil. Hm. Das Spiel ist ganz schön dämlich, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht zeigt es unsere echten Gefühle. Oder es macht uns zu Statisten bei dem Blödsinn, den Jacob und Emma da so am Laufen haben. Und du empfindest etwas für sie? Nein. Ich hab... Ich mein nur... Das ist alles dämlich. Weißt du? Weißt du noch am zweiten oder dritten Tag, als wir unsere Gruppen zum Inselsaalkurs bringen sollten? Da lernten wir uns kennen. Mhm. Äh... Erinnerst du dich an den Camper, der, äh, ein kleines Missgeschenk auf dem Kurs hatte? Ja, das war ihm so peinlich. Er dachte, er stirbt gleich. Ich muss den sauber machen, bevor es noch jemand mitkriegt. Also... Also dir, mein ich. Danke, dass du nichts gesagt hast. Da haben wir uns nicht zum ersten Mal gesehen. Sondern bei der Orientierung. Am ersten Tag. Wirklich? Da waren eine Million Leute. Ähm... Aber ehrlich gesagt, du hast dich scheiße benommen. Ich sagte hi und du hast mich kaum wahrgenommen. Shit. Tut mir leid. Die meisten Betreuer machen Camperwitzchen. Sie verarschen sie und so. Jacob macht das. Und Emma irgendwie auch. Du nicht? Ich war auch mal so. Bin nicht stolz auf manche Sachen. Das wäre dann Jacobs Einfluss. Ja, ich mach's einfach so wie er, wenn er da ist. Du bist anders. Sei nicht so wie Jacob. Wer will schon Jacob sein? Mädchen stehen auf Jacob. Nicht die coolen. Auf wen stehen die denn so? Kerle, die cool genug sind, um einem Camper aus der Klemme zu helfen. Jetzt fühle ich mich schon etwas besser. Wusstest du, dass der Knirps doch heimgefahren ist? Ähm... Nein, das wusste ich nicht. Die Camper haben ihn dauernd verarscht, weil er O-Saft in seinem Müsli gegossen hat. Äh... Tja, ii... Manchmal klappt's manchmal nicht. Tja, tja, tja. Ist das wie deine Wache? Zu knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja Was spielen? Witziges Game. It's not what you thought When you first began with You got what you want Now you can hardly stand it though By now you know it's not going to stop It's not going to stop Until you wise up No it's not going to stop Until you wise up No it's not going to stop Das musst du noch üben Ja äh da hast du mich wohl gefunden Klar Hier her schleichen war spannender als wir dachten wir könnten erwischt werden Ja kann sein Jacob wir waren uns doch einig Das mit uns Es sollte doch nur Sommerspaß sein Ja Nein schon klar Ist nur Du kannst es nicht lassen Theater zu spielen Ich meine ich check nicht warum du ihn abgeknutscht hast In aller Öffentlichkeit auch noch Das war blöde Blöde? Sind wir zwei? Nein aber Nick ist Quasi Ich liebe ihn ja aber ich glaube nicht dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat Tja tut mir echt leid für dich aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst was er da tut Du willst mich echt fertig machen Jetzt bleib doch mal locker du Spaßbremse So habe ich mir den anderen nicht vorgestellt Was? Lass gut sein ist nichts Ich komme klar Gut Du kannst hier weiter schmollen Und dir vorstellen wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt Komm schon Oder Du kannst uns ein paar Handtücher holen Was willst du mit Tüchern? Wir Wollten doch Sommerspaß oder? Und der Sommer Ist ja wohl noch nicht Ganz Vorbei Okay fellas Oh 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 Ach, da hat wohl jemand die Ruder liegen lassen. Noch feucht. Hm. Was sollen diese Zahlen? Oh, Gottverdammt. Null Handtücher. Nein. Nicht ein einziges. Du Arsch. Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns, Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie man eine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh, Hilfe, Hilfe. Ich ertrinke und ich, ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Tja, wieso fragst du nicht Nick? Der würde dich sicher gerne retten. Ich ignoriere dich. Erwischt. Was soll das, Mann? Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar. Lass das. Acht, hör, auf, zu, rubbeln. Blöd, Mann. Ich will nicht, dass Schluss ist. Ich würde den ganzen Sommer bleiben, aber ich glaube, da werden wir schrumpelig. Nein, du weißt, was ich meine. Ich meine das. Jacob, ich hatte einen tollen Sommer mit dir. Es muss doch nicht nur der Sommer sein. Jacob. Okay, gut. Wie wäre es damit? Wenn ich hier ein Backflip machen kann, dann darf ich dich besuchen, okay? Wie wäre es damit? Hey, wo willst du hin? Komm schon. Shit, der Verteiler. Das darf jetzt verdammt nicht wahr sein. Jakob? Ach, Arsch. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Scheiße. Scheiße. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht. Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen. Das ist ein bestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und? Was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja? Jetzt nur noch zu dritt? Okay, Dylan. Sagst du... Es klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Komm. Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Hilf dir! Hey, was ist passiert? Abby, was ist los? Ryan! Du musst uns sagen... Sie braucht Hilfe. Gib ihr kurz Zeit. Geh und hilf, Nick! Geh! Vielleicht machst du das besser. Ich helf gerade Abby! Geh! Er könnte verletzt sein! Die Schrotflinte hat eine Mordstreuung. Pass gut auf! Okay, okay. Schon gut. Oh! 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 Oh, heilige Scheiße, hab ich dich getroffen? Heilige Scheiße, was... was ist denn passiert? Ich muss... ich muss... Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg! Zurück ans Feuer! Dämlich, dämlich, dämlich! Oh, Gott! Heilige Scheiße! Fuck! Oh, Scheiße! Ich bin gerade in der Pflicht. 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 Was machst du hier? Okay. Okay. Hallo? Hallo? Okay. Eins, zwei. Fuck! Nicht doch. Vettern, wer bist du? Fick dich, du beschissenes Arschloch! Oh mein Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch! Was wird das? Psst! Still! Schließ jetzt besser die Augen! Hilfe! Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich! Wo willst du jetzt hin, die Kleine? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Es war so schrecklich! Es war... Es war... Ich weiß ja nicht mal, was es war! Es war so schnell und... Und da war ein Jäger! Es war einfach... Ich weiß ja nicht mal, was ist das, was euch attackiert hat! Oh Abby! Hier! Was? Zeichne es! Zeichne was? Das, was euch attackiert hat! Das, was euch attackiert hat! Nick, hey, Kumpel, was ist Ihnen nur passiert? Ein Tiergriff uns an. Wo ist Abby? Er ist voll daneben, Mann. Sag uns nur, was passiert ist. Okay. Da war so ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was verdammt? Was für ein Scheiß Tier macht denn sowas? Hab ich denn... ist Abby... Ja, hey, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Grauen und Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt es keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da, schau mal da. Shit. Das ist schwarze, voll infiziert. Es verbreitet sich krass übel. Echt krass übel, Alter. Raya. Amputieren wir. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Du bist echt so ein vollidiot. Ich versuch nur zu helfen. Er braucht nur einen Arzt. Er braucht Notfallversorgung. Und woher? Und ein Psychiater. Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen hab. Was ist da? Shhh. Also wenn du auf militante Zweige gezielt hast, denen hast du's gezeigt. Ich wollte nur sicher gehen, dass uns niemand angreift. Jetzt hast du ganz sicher Munition verschwendet. Du kannst doch nicht einfach rumballern, wenn dich niemand angreift. Vielleicht wollte ich sie nur erschrecken. Also sagen wir jetzt, es war einfach nur der Wind. Irgendwie hab ich immer noch echt Schiss. Ja, der Wind. Den nehmen wir. Gut. Bin dabei. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Okay. Okay. Du sagtest, Lodge? Bist du blöde? Nichts wie weg von hier. Aber was ist mit Jacob und Emma, wenn sie kommen und uns nicht finden? Scheiß auf sie. Die lassen sich bestimmt einfach gut gehen. Jetzt müssen wir uns erstmal um Nick und Abby kümmern. Nicks Bein ist total im Arsch. Wie sollen wir ihn den ganzen Weg zurückschaffen? Ich hab's. Okay, dann los. Okay, dann los. ready. Okay, dann los. sogenannte. Und Tribven Band. Du schläfst dich. Ne? Ja, ja. Okay, mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Hm, ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen, kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die, nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde, obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Integra-Freunde. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie, warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blablabla damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts? Wörtlich? Und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und... Schimpf weiter über mein blödes Leben. Da das hier ja nicht live ist, liegt... Die Wahl wohl bei mir. Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dahin gehen wir jetzt. Nicht zu schäbig. Also, buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zip-Line, vor der ich... Ach, ehrlich so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Wisst ihr, was Jacobs Problem ist? Er hält sich für den Star in seinem Film. Er sieht alles nur aus seiner Perspektive. Sagt sie und nimmt ihre eigene Show auf. Was soll's. Er will mit mir zusammen sein, weil er denkt, dass ihn das glücklich macht. Aber was ich will, interessiert ihn genau null. Okay, das stimmt nicht. Offen gesagt, lenke ich, glaube ich, ab. Im College wird er sich neu verlieben und mich dann vergessen. Gut für ihn. Er verdient es. Vielleicht sollte ich anfangen, mich an ihn zu klammern. Vielleicht schreckt ihn das ja ab, wie... wie in einem Hochzeitskleid aufzutauchen oder so ähnlich. Ich spiele das nur mal hypothetisch durch. Aber jetzt versuche ich schon wieder alles zu einer Art von dramatischem Experiment zu machen. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigerndes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horror-Falltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Das ist ein Mensch. Woiescelia! Oversich precipitieren? Ja! Das ist ein Mensch. Oder ist es ein Mensch. Oh. Oder... Oder ist das? Oder ist das? Oder ist das? Oder ist das? Oder? Oder ist das? Ich habe es, er ist okay. Hast du Schmerzen? Nee, nee, sorry, nur... Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon. Oh Mann, ich habe so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse Granola. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hole dir was zu essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, äh, ja, ähm, ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert. Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt. Ich, ich glaube nicht. Ich denke nur, wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran. Ich weiß nicht. Ich glaube echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Okay, ja. Ja, du hast sicher recht. Ach, komm schon. Wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor. Ja. Wo gehst du hin? Ich, ich, ich glaube, ich, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ich denke, nichts Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Wir wissen das nicht. Natürlich, Catelyns Wort. Sollte nur bedeuten, dass wir keine Profis sind, okay? Wir wissen nicht, wie, vielleicht hat er sogar Tollwut. Wie super optimistisch, Mann. Ich bin hier nur realistisch. Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Äh, Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 91-1. Du meinst 911? Wer sagt 91-1? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, äh, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Hm. Denkst du, du solltest direkt nach einem Krankenwagen fragen? Oder rufst du einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen? Und ich? Dann Hilfe, Hilfe. Meine Freunde wurden angegriffen. Es war ein Bär oder auch kein Bär. Doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Und wir wissen nicht, wie viele es da draußen gibt. Und, äh, oder wie schlau sie sind. Also könnten sie gerade planen, uns anzugreifen. Also schicken sie uns bitte ganz viele Krankenwagen. Sicher ist sicher. Ja, ja, das, das ist gut. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tot. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst. Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Du musst komplett verrückt sein, wenn du denkst, dass ich da rausgehe, ohne mich irgendwie zu schützen. Es ist mehr eine Frage der Sicherheit. Oh, du denkst, ich schieße mir ins Bein. Oder in den Kopf. Sei kein Arsch, Mann. Ich kann damit umgehen. Okay. Es liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an einem schuld? Okay. Also, das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der, äh, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflext. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay. Ja, los geht's. Oh, mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Sie braucht sie doch nicht wirklich, oder? Äh, sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Pfann. Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber, das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Nein. Fick dich, ich behalte sie. Mann. Komm die Jäger zurück, sitzt sie hier auf dem Präsentierteller. Du denkst nur an dein eigenes Wohl. Ist kein guter Move. Nein, ich bin vorsichtig. Ich kann's nicht fassen, wie du so ein Arsch sein kannst. Also, du sagst mir nicht, was ich tun muss, Mann, okay? Echt, sorry, aber das wird nicht passieren. Wovon? Wovon reden wir da überhaupt? Jetzt gib ihr die Waffe. Wir brauchen sie nicht. Wir haben schon eine. Fuck! Du, wieso gibst du ihr nicht dein? Ich kann's nicht fassen. Du bist so ein Arschloch. Äh, nein. Und damit basta. Ist das dein Ernst? Ist das ein Streit wert? Nein, nicht mit deinem Argument. Oh, okay. Nur weil du jetzt gewinnen willst. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Äh, ich stirr wohl gerade. Kopf hoch, Großer. Ich, ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem. Mach ich doch gern. Wiebell... Und... Ich... Je1 Und... UNREM Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Du warst feige. Was? Bei dem Angriff bist du abgehauen. Ich war ganz allein. Nick, ich konnte doch nichts tun. Ich meine, ich dachte... Was? Hauptsache, dir passiert nichts, ha? Nein, nein, ey... Okay, Sie suchen nach einem Funkgerät oder so. Wo? Wozu das, ähm... Oh, äh, da war noch eins in Mr. Hs Büro, also... zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was? Wollen Sie zum Radio schuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Ich weiß, was da draußen ist. Ich weiß, was da draußen ist. Ich muss überall hin atau nach Hause weg. Oh, was da hat? Von B execute sind. Das ist einoraus. Du kannst den Away, bis nach Johan averages fastingen oder? Dass du noch siehst? Geht raus mir denn. Du kannst dich... Vor mir und ganz, dann vers hatch! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Na ja, ich hab gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps und... Da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Sorry Nick, was hast du gesagt? Hey, ich schütte dir gerade mein Herz aus Nick, es tut mir leid, können wir das später klären? Ich... ich hab wirklich Angst und ich... kein guter Zeitpunkt Ich versteh dich nicht W-was? Du hörst dich mal zu, oder? Nein, nein, ich... Wow, bin ich so langweilig? Oh Gott, dein Bein... ich will nur, dass wir sicher sind, okay? Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich! Los, beeil dich! Schon okay, ich schaff das! Oh mein Gott! Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus! Nein, versteckt euch! Schnell! Bist du? Bist du? Bist du? Nein! Ah! Gute Nacht! Sie ist meint! Oh ja, ja, früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt, ähm, ähm, äh, ich mein, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio, Radio, Radio und Radio bringen durften. Ich mein, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Was zum heiligen Voodoo-Doodoo ist das? Okay? Okay. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich hab lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist, also tut mir leid, wenn's dir hier nicht gefällt. Aber ich hab ne Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte es kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Ähm, das Mr. H brauchte mehr Lagerraum, deshalb darf ich den Sender hier, äh, weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, ähm, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so... ...ne Meile. Das wird uns wohl keine große Hilfe sein. Unterschätze nie die Power der Technologie. Äh, ist Technologie das richtige Wort? Nein, ja, du hast recht, das ist mehr wie Magie, Mann. Oh, dann bist du wohl der Zauberer? In gewisser Hinsicht schon. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Ähm, und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker, er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz, das hier ist kein Funkgerät. Also, ähm, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Äh, es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das, das ist ein SOS. Wir, wir, wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, äh, Angriff. Ist echt übel hier. Ich, wir brauchen Hilfe. Äh, hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, äh, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Und ein paar von uns sind verletzt. Und, ähm, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Hier sind, äh, fiese Bären und, äh, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen, SOS. Äh, das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bären? Schwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Hör nur. Ich hab den Ping über Funk, aber keine Antwort. Ich geh mal zum Rad. Was hat er, hat er gesagt, Lodge? Ich weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der West von ihnen ist verschollen. Ich geh dicht. Ende. 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 Oh Scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, fuck, fuck. Was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten. Im verdammten Radio. Fuck. Die wissen nur, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, Scheiße. Fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Ähm, lass, lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay, ja. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Warum warnst du mich nicht, dass da draußen was ist? Fick dich. Ich, ich, ich wusste nicht, was es ist. Du hast was gesehen und kommst nicht auf die scheiße Idee, es mir zu verraten, Mann? Hab's vergessen. Ich mein, der Funkspruch hat mich abgelenkt. Er, Brian? Das ist nicht hier. Was ist das? Brian? Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg drauf. Oh, Scheiße. Sie sind auf dem Weg, wir, wir müssen sie warnen. Ähm, gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck! Nein! Scheiße. Äh, äh. Drückt die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in ne, geht in ne Hütte. Los, schnell! Oh, fuck, Mann! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg! Äh... Wir müssen was tun. Komm schon! Wir töten es. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaub, komm, dass das Gewehr was bringt. Ach, Scheiße! Hast du ne bessere Idee? Wenn's ein Gehör hat? Wie ein... Wie ein Hund oder so? Ich mein, ich könnt... Ich könnt ne... Ich könnt ne hochfrequente Rückkopplung erzeugen. Und dann voll aufdrehen. Ich mein, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir's. Rückkopplung. Okay. Okay, komm dann. Du schaffst das. Mal los. Hab's gleich. Na los, mach schon los! Warum klappt es nicht? Wo ist nur der Fehler? Ich komm, das greift an! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Scheiße, es... Es greift die Hütten an! Oh, fuck! Das Kabel hat's erwischt. Okay. Äh, reparier's. Ich lenks ab. Komm her! Oh, scheiße. Hey, Main Street! Oh, fuck! Oh, scheiße! Oh, fuck! Oh, scheiße! ist es sicher weiß ich nicht das ding ist weg aber wir haben jäger über funk gehört was ihr funksignal war zu hören die wissen dass wir hier sind fack ist der notruf raus wer weiß ob ihn wer gehört hat klasse was zur hölle war da oben los es kam aus dem nichts oh man das gesehen hat den hat eine rückkopplung erzeugt und das fifa jagt war nicht so schwer rückkopplung ach weißt du ich dachte dass es andere tiere ein feines gehört also wo ist dein gewehr hab's verloren wir hatten besuch von einem dieser jäger was hat sie auf uns geschossen wer war sie sollten wir folgen scheiße dylan was ist das oh mein gott was ist das was ist das was ist das was ist das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Nein! 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 Und... ... ... Frau, erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du... Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja? Du warst doch vorgesehen für... Es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max, ja, ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Ihr drin. Ich weiß nicht, ich traue ihr nicht. Mann, es ist gefährlich draußen. Ja, sie ist gefährlich. Was soll das, Mann? Du bist nicht der Boss. Was? Fuck. Also, was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Was? Was? Los, Junge. Was soll das? Ma'am, das wird jetzt leicht unangenehm. Was soll das? Was ist mit Max? Sei still. Sie können nicht... Sei still. Das hier ist eine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Leck mich. Ich sage Name und du nennst ihn mir. Hast du das verstanden? Schauen Sie doch in meinen Papieren. Ich vertrete hier das Gesetz. Tu einfach, was ich sage und beantworte die gottverdammten Fragen. Scheißegal, wer Sie sind. Sie dürfen das hier nicht. Das ist illegal. Ich will einen Anwalt. Schluss. Halt jetzt endlich den Mund und hör mir zu, sonst haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem? Der Sheriff-Stern kann nicht sehr viel bedeuten, wenn man nicht an das Gesetz glaubt. Wie bitte? Wir haben nichts getan. Sie halten uns fest. Erklären Sie das. Mädchen, du hast nicht die geringste Ahnung, in welcher Scheiße hier steckt. Es gibt Scheiße und es gibt Scheiße. Bitte hören Sie auf mit dem Scheiß und sagen Sie mir verdammt nochmal, was los ist. Was hat uns angegriffen und warum wurden wir verhaftet? Sieb Psychopath! Ich will zu Max! Sofort! Was? Das ist ein wunderschöneres Feuer. Was? Aber lieber mal, ich weiß nicht. Hey! Hey! Sie! Arschloch! Sagen Sie uns endlich was hier vor sich geht! Max! Haben Sie gehört! Fuck. Max, es bringt nichts, ihn anzuschreien. Wie geht es dir? Gut, glaube ich. Ich weiß nicht. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir, aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott. Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange? Ein Schwert? Ein Locher? Nein, er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von Northkill, schätze ich. Northkill? Ja. Max. Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in Northkill, so heißt das. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Ich wusste nicht, dass wir ihre Erlaubnis brauchen, Detective Pissfixer. Ja? Das ist ein freies Land, Officer... Oh. Ne, hier. Na schön. Die Hände hier. Na mach. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey! Hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los. Komm. Besser. Besser. Hey! Hör auf jetzt! Max, bleib ruhig. Du machst es nur schlimmer. Laura. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Okay. Okay. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. Achtung, Mann. Ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Hey, sobald wir hier rauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Was wollen Sie uns damit sagen? Hey! Verdammt, was willst du uns damit sagen, Arschloch? Hey, Sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! Hey! Hey! Wie war das Verhör? Hast du ihm was verraten? Was soll ich verraten? Ich schätze, jeder hat Geheimnisse. Weise Worte, aber ich glaube nicht, dass er wissen will, dass ich mal beim kleinen Mikey abgeschrieben habe. Echt jetzt? Was war los? Er hat... Er hat dumme Fragen gestellt. Was weiß ich? Jetzt lass mich in Ruhe. Ist ja schon gut. Gut. Oh, hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswixer? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns, genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist... so ein irrer... Camp-Betreuer... Entführungsring? Das... Ich mein... Was? Wie eine Art Falle. Ein Trick. Ich weiß nicht. Chris Hackett und Sheriff Hackett, das ist doch niemals reiner Zufall. Okay. Sie müssen verwandt sein. Und was beweist das? Sie wussten, wir kommen. Vielleicht geht's um so ein Kidnapping-Erpressungs-Verschwörungs-Ding. Das klingt sehr kreativ. Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen. Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. Stopp. Komm schon, sei nicht so. Ja klar, du hast gut reden. Was? Kannst du nicht mal Sachen akzeptieren? Manchmal läuft es halt scheiße. Man muss nicht alles als Herausforderung sehen. Aber wenn es doch so ist. Erst kommen wir hier irgendwie raus und genießen den Rest des Sommers. Und dann Uni. Und wir werden von Anfang an richtig aufdrehen. Wir planen direkt alle Kurse. Hast du gesehen, was angeboten wird? Also für mich ist es leichter, weil ich nur die Kurse brauche, die für Tiermedizin erforderlich sind. Aber du hast noch alle Möglichkeiten. Also achte auf jeden Fall darauf, dass alles... Stopp. Wieso? Ich wurde abgelehnt. Was? Ich bin nicht auf der Warteliste. Und du hast nichts gesagt? Ich hab mich geschämt. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst ein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck. Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Äh, vielleicht sowas wie sorry, dass ich dich angelogen und so getan habe, als würden wir zusammen auf die Uni gehen. Das wäre doch ganz gut. Es war so klar, dass du so reag... Ach, fick dich. Nein, du hast gelogen. Jetzt reiß dich zusammen und entschuldige dich. Sonst wird das ein Hellenknast hier. Okay. Tut mir leid. Besser? Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cobb begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... Was immer das auch war. Ja. Genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Denkst du, es war eine gute Idee, ihn anzulügen? Du meinst, wegen dem Schlagloch? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, er wusste, dass das gelogen war. Er verhielt sich wirklich strange. Was, wenn er kein echter Cobb ist? Er hat Dreck am Stecken, aber... Ich glaube, er ist echt ein Cobb. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber... Sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett ja am Camp treffen. Aber da... ...ist kein Mensch. Wir werden attackiert... ...von einem Ding... ...und dann taucht der Cobb auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch... ...von der Treppe und... ...dem Geruch von nassem Fell und einem... ...Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war, es war... ...groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde, ist... Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey. Okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön. Ja. Davor hab ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so... Ja, kein Scheiß, Max. Das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also... Weißt du... ...Vollmond? Ja. Was, wenn... Äh... Okay. Nein. Stopp. Ich mein' ja nur... Vielleicht war es ja sowas wie... Also, ein Werwolf? Drehst du jetzt... Vollständig am Rad? Werwölfe echt jetzt? Komma, klar. Was... Was ist so lustig? Ich hab wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay. Und wird... Wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Dimensions-Draculas? Ryan, ja? Ja. Halt die Fresse. Ja, lass sie reden, Mann. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick? Mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geister-Stories? Ist doch fast wie in deinen Geister-Stories. Das... Das... Sind nur Grusel-Stories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also. Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst ne Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Wehrwolf bin, Laura. Nicht so laut. Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse. Und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter. Okay, okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist. Und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Ich mach die Spielchen von dem Wichser keine Sekunde länger mehr mit. Wir müssen fliehen. Cool, okay. Und wie? Weiß nicht. Umhauen? Ey. Laura, du weißt, das klappt nur im Film, ja? Jemandem eins über den Schädel zu ziehen, bringt ihn um oder verpasst ihm den Hirnschaden und haut ihn nicht nur um. Tja, dann ist das so. Ja. Okay. Gefängnisausbruch. Was ist mit Codenamen? Wenn wir das machen, reserviere ich mir Gordon Thunder. Nein, wirklich, Max. Wir tun das jetzt. Okay. Bin dabei. Okay. Wir machen es ganz genau so. Wenn er dich das nächste Mal zum Waschen bringen will, greifst du an. Du haust ihn um, nimmst die Schlüssel von seinem Gürtel, sperrst ihn in deine Zelle und befreist dann mich. Und dann klauen wir sein Auto und fahren mit Vollgas weg. Gut, okay, das ist aber kein Plan. Weißt du, das ist nur ein Lass uns fliehen, aber mit viel mehr Worten. Nein, damit rechnet er nicht. In seiner Routine wird er absolut nichts an. Mellows. Jetzt! Au, au, vorsicht, vorsicht. Ah, 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 ah. Wirklich. Trottel. Was ist mit meiner Dusche? Noch mal. Zieh die verdammten Sachen aus. Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! 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 Fragen, Mann! Fuck! Geh nicht zu nah ran. Tee, melden. Wo genau bist du? Over. Mist. Ich mache ihn nur fertig. Hilfe! Er hält uns auf der Polizeiwache gefangen! Hilfe! Bin unterwegs. Over. Das war echt dämlich. Sie können mich nicht hier lassen! Doch, ich kann. Ich kann. Max, sag mir genau, wie es dir geht. Laura, ich fühl mich schlecht. Inwiefern schlecht? Einfach nur schlecht. Komm näher, zeig mir deine Augen. Ich glaub, ich bleib lieber hier. Max, ich muss dich beobachten. Ist das jetzt nah genug für dich, Bitch? Max, sag mir, was los ist. Max! 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 Ich bin nicht mehr. Was in your head? What's in your head? Oh fuck! Eyes down, baby you won't see. But it's a lie. It's a lie. It's a lie. Cause baby I can. Baby I can. It's a lie. Can't me. Cause baby I can. Baby I can. Get it. Get it. Cause I'm a monster. Lebe wohl Tiefenwahrnehmung. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Was versteckt er? Anne Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? Sie haben mir alles genommen. Hallo? Hallo? Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Wer das wohl ist? Ich bin ein Hinweis. Ich bin ein Hinweis. Ich bin ein Hinweis. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Wenn ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen. Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Glücklich? Ich mache uns Kaffee. Was ist das? Sie ist Jan. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also. Das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Ähm. Tier. Medizin. Und nein. Noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du. Man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du. Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme, wie ich. Meine Leute. Wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere. Verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Okay. Dann beenden wir es. Lassen Sie Max und mich frei und wir holen Hilfe. So meinte ich das nicht. Sie bitten ernsthaft um meine Hilfe? Du musst gar nicht mir helfen. Tu es einfach für Max. Und ich bekomme, was ich brauche. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, verschreckt ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim? Nimm mit Silber das Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot. Schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich als bald allein. Geheimlos wird des Vollmonds schein. Jep. Lies weiter. Das war ein Fehler. Bitte. Ich wollte dir trauen. Gib her. War das wirklich ich? Gib sie her. Ja. Du wolltest seine Waffe? Nein. Vielleicht ein bisschen, aber sie war so nah, ich musste es tun. Laura. Max. Was dachtest du denn, was ich tue? Er war kurz davor, dir was zu zeigen. Was war es genau? Nur ein alter Scheißreim. Klingt logisch. Ich will ihm ja nicht glauben. Es gibt nur keine bessere Erklärung. Ich... Ich weiß nicht. Nichts davon scheint real. Wer hätte gedacht, dass wir mal Stars in einem schlechten Horrorfilm sind. Sprich für dich, okay? Ich finde mich ziemlich gut besetzt. Es ist nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass du den vor dir töten musst, um geheilt zu werden. Den vor mir? Was soll das sein? Du wurdest gebissen und wirst erst gesund, wenn dieser jemand tot ist. Klar. Aber das geht nur bei Vollmond. Das sagt uns ein alter Reim. Korrekt. Und wie? Ich weiß nicht. Aber... Wer auch immer dich... da in diesem Keller gebissen hat, lebt noch. Ansonsten... Lara, hör uns mal zu. Worüber reden wir hier eigentlich? Wir besprechen, jemanden zu töten. Ich weiß nicht. Nein. Möglich. Obwohl... Genauer gesagt, hypothetisch jedenfalls, würden wir keinen Menschen töten, oder? Ja. Sagte, du hast ein verlassenes Auto? Verschrottet. Ich dachte mir, den Rest... Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast dein gebissen, Chris. Was soll ich denn machen? Da. Was war das? Wir müssen aufpassen. Es wäre viel schlimmer, hätte ich nicht auf dich geschossen. Geschossen? Das soll ich machen. So, dein Glück war aus kein Silber. Sei still. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur, hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Wehrwolf. Max. Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überlege, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carrer an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns und deshalb wusste er von dem Wehrwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder. Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Kimmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Hey! Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist der los? Laura! Auf. Stürf! Ihr solltet euch das gut überlegen, Kids! Was hast du getan? Was hast du getan? Laura? Laura! Habe ich dir echt nicht zugetraut? Doch, hast du. Was machen wir mit Sargent Kleinhirn? Geben wir ihm etwas Zeit. Zum Überlegen, warum er hier ist. Okay. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Laura! Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Was kommt von hinter dieser Tür? Sie tannst das an. Tönde sie an. Hier ist keiner drin. What the fuck? Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also. Auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey. Ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß. Du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hm? Wir feiern, wenn's vorbei ist. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht. Und so kam ich hierher. Zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn. Umgeben von Wasser und so. Das war's. Meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Max? Max? Max! Max? Hallo? Max? 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 Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kayleigh Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurück verwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Wollte er. Ich war schneller. Bullshit. Fuck. Oh. Uns bleibt nicht viel Zeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh. Wie ist denn da? Oh. Wie ist unser neuer Gast? Gott. Riech ich nicht gut? Na los. Weiß nur rein. Mach schon. Oh. Oh. So ein dummes Tier. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow. Nett. Sie hat Kayleigh umgebracht. Sie hat Kayleigh umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Äh. Katelyn? Was soll ich tun? Oh. Wow. Ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich hab damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Sie killt auf keinen Fall Chris. Niemals. Nicht wegen einem alten Reim. Und was deiner Freundin hier passiert ist, war nur ein alter Reim? Gekidnappt? Dann in einer Zelle für zwei Monate dahinvegetieren und du sagst mir, es ist ja nur ein Reim? Hilflos zusehen müssen, wie dein Freund zur Bestie wird. Wie er dich killen will. Echt? Und dann willst du mir sagen, mein einzig möglicher Ausweg ist nur ein verdammter Reim? So oder so endet es heute Nacht. Wenn du mich erschießen willst, fuck dann tu es. Oh. Dreckskerl. So. Weiter. Wo hängt Chris Hackett ab? Wenn er nicht im Camp ist? Auch wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Erwachsen. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann. Was? Du könntest ihn auch einfach am Leben lassen. Ich lasse dich ja schon am Leben. Was? Und das ist unser Problem? Und das ist unser Problem? Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Äh. Ja, ich stimme zu. Ich lasse doch keine flüchtige Mörderin fröhlich alleine losziehen, die plant Chris zu töten. Wow. Sind das Flirtversuche? What? Nein. Schön. Mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Mir wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren. Und verschwinden. In Sicherheit. Wie lang hast du noch? Eine Stunde. Vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich? So ziemlich? Ja? Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Hier stimmt doch was nicht. Was genau hast du hier vor? Gar nichts. Wehe, du lässt nur die Zeit verstreichen. Nein! Du bist ein Psycho. Ich? Äh, mit einer Schrotflinte auf mich schießen? Nein, das ist nicht krass. Ich hatte Angst. Komm schon, sie war nicht mal geladen. Das wusste ich nicht. Dann hättest du vielleicht nicht abdrücken sollen. Wieso bist du so? Das könnte ich dich auch fragen. Was meinst du? Was willst du wirklich hier? Du kannst ihn nicht einfach töten. Das werde ich nicht. Ich erschieße einen Wehrwolf. Denn genau das ist er, glaub es mir. Ist er nicht. Oh je. Da ist es. Hackett Haus. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Hier, hier lebt seine Mom. Glaub ich. Ich war nie drin. Aber, wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut. Also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Hör jetzt auf, ihn zu schützen. Zu wem hältst du hier? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Hier geht es um mehr, als dir bewusst ist. Was? Kidnapping. Mord. Vertuschung. Die ganze Gottverdammte Hackett-Familie steckt mit drin. Und auch das Camp. Vielleicht ja auch du. Was weiß ich denn? Ja, klar. Lauf nur davon. Oh, tut mir leid. Ich dachte, statt rumzustehen und dein Gejammer zu hören, könnte ich versuchen, einen Weg rüber zu finden. Das gibt den Arbe. Oh! 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 Fuck! Das gibt den Arbe! Laura! Ich könnte tot sein. Wir, wir könnten tot sein. Sind wir aber nicht. Das ist nichts, alles gut. Und du siehst noch nicht so lecker aus für mich, also haben wir wohl noch Zeit. Komm, wir müssen wieder hoch. Ist nicht lustig. Ein bisschen schon. Oh mein Gott, Laura! Ach du heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit! Uns bleibt nicht viel Zeit. Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Habt ihr uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Na ja, wenn die Norm arode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht, Gott. Jetzt sieh dir das an. Oh, Scheiße. Okay. Starker Oberkörper. Oh. Wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Ordentlich tief. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Was für eine Schublade. Schon gut, vergiss es. Machst du das immer so? Was denn? Dich auf ein Gespräch einzulassen, um dich sofort in deinen Panzer zurückzuziehen? Vielleicht hab ich auch einfach keinen Bock auf dich. Oh wow, charmant. Ich nehm an, du bist Single? Ja, wieso? Ach, nur so? Hier lang. Ich seh Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Danke fürs Helfen. Du brauchst meine Hilfe nicht. Sieht gut aus. Vorsicht. Splitter. Danke. Geht schon. Ist wohl für ne Party. Alkohol. Von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut. Dann trink mal. Die Hacketts waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los. Wir müssen weiter. Sind wir hier richtig? Äh, weiß nicht. Ich bin hier jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Äh, was ist hier passiert? Äh, ist kompliziert. Gott. Ich fand diesen Ort immer so wohlig. Den hier? Wirklich? Ja, er hatte was von der Skihütte. Klingt... kalt. Du fantasierst nie, dass du in einem abgelegenen Skiort sitzt, in einem Schneesturm? Die Seilbahn ist kaputt und man kann sich nur gegenseitig wärmen. Dann geht das Essen aus und man hat nur noch sich selbst. Ist ganz schön krass. Schon gut, ich behalte meine lebhaften Fantasien demnächst um mich. Äh, und das stellst du dir in deiner Fantasie vor? Ist nicht so krass. Doch, ziemlich krass. Aber nicht krasser als diese Situation. Ja, ich schätze, da kann man geteilter Meinung sein. Ich krieg's echt nicht verpackt, was Abby passiert ist und... Fuck. Lass uns einfach den Van fit machen, okay? Ja. Was? Gut, sehen wir uns das noch mal an. Und? Geht's oder geht's nicht? Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Nicht ohne Teile. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist ein Schrottplatz. Also, kriegst du's hin? Versprechen kann ich's nicht. Aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt. Hast du was Besseres vor? Nicht sterben? Ja, find ich auch gut. Also hauen wir endlich ja ab. Okay, gut, nur weil du hier mit Logik Sinn machen willst, riskier ich nicht Kopf und Kragen. Dylan? Ja? Halt die Klappe. Au, du gehst mir langsam auf den Sack. Hm, mir egal. Ja? 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 Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, äh, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Wie verdammt siehst du überhaupt aus? Äh, es ist kompliziert, Ma. Äh, dir ist alles kompliziert. Ah. Oh, steh auf. Halt still. Sei leise. Sei leise. Sei du leise. Shhh. Shit. Armes Kind. Riesenkopf. Wer ist Bobby? Naja... kmh headed back. Wesöry! Hemmel! Ganz sicher niemand sonst. Naa. Nein. Naa. Schon gut, ist okay. Ich glaube, keiner hat uns gehört. Dich gehört! Das kommt direkt von vorn. Ist das Chris Hackett? Was ist mit dem Ding? Hat wohl eine Dosis von Travis Hausmittel abgekriegt. Er war wohl hier drin eingesperrt. Ey! Vorsicht! Die Käfige stehen unter Sturm. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Na? Ähm... Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Gott, verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du hier getan? Mann. Die klingen gar nicht happy da oben. Laura? Laura? Was hast du getan? Ich... 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 Feigling! Hey, Ma! Schick Bobby runter! Her beauty is a tiger. Be careful. Make sure that she doesn't bite. Her beauty... Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir... ...zur... ...Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt... ...ne Meile... ...da lang. Hey, wieso kenn ich mich hier so viel besser aus als du? Ne Klappe. Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren drei bis vier Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten... ...was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Also, Ryan und Laura, hm? Oh Mann. Er hat sich echt dämlich benommen, oder? Ja. Sie hat doch gesagt, sie hat einen Freund. Tja, das hat er wohl irgendwie ausgeblendet. Vermutlich. Jetzt denkt er bestimmt darüber nach, wie er sich zum Grübeln und Muckis-Trainieren heimlich wegschleichen kann. Was für ein Clown. Voll der Clown. Abgesehen davon, jetzt wo er ein Abenteuer mit Miss geheimnisvoll erlebt... Wie nimmst du's damit auf? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob was wert ist. So ein Bullshit. Bitte was? Du hängst doch drin. Mit Gefühlen. Ryan geht einfach dahin, wohin der Wind ihn bläst. Wäre er nicht der Erste, der dahin geht, wo was bläst. Ist aber am Ende auch egal. Jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher. Und... ...heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Oh, scheiße. Schon gut. Ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Komm, da lang. Lass mich los. Langsam mal. Lass mich los, du Schlampe. Ich plass dir die Birne weg. Schreib. Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich. Jetzt reiche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Du tust keinem von uns mehr weh. Das war's dann. Hör sofort auf! Du Mörderin! Mach ich jetzt den Mund! So sprichst du mir aber nicht mit deiner Mutter. Ja, Sir. Lass mich los, Oslo! Was zum Teufel ist hier oben los? Wir werden sie nicht mehr beschützen, Bobby. Weil sie Kaylee das angetan haben. Das war's dann. Ah, okay. Oh man, so ein Dreck. Fuck! Fuck! Oh, okay. Hey, Toh. Oh! Oh! Oh, ja, Mann. Lauf mir ja nicht weg, Drecksache. Fuck, komm schon. Oh, fuck. Sag doch was, Mann. Hab den Bastard. Was zum? Was zum Beispiel. Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist mein messer niemand nimmt mein messer du spinnst doch du tropfst ja wie ein saftkarton du kannst mir doch helfen nein mann du verblutest ich kann dich höchstens früher von deinem elend erlösen gnaden tod nein gewissen leg dich lieber mit mir an was ist nur mit dir passiert auch weißt du eigentlich nichts besonderes es tut mir leid so schlimm ja ich gebe wirklich mein bestes was immer das ist trotzdem wird jemand verletzt erst max jetzt du ich meine ich wollte das nicht sagen nur hat es nicht mitkommen sein glaubst du ist okay sterbe ich jetzt du hast viel blut verloren aber es heilt wieder stimmt warte vielleicht vielleicht ja doch was nein wenn ich dich jetzt weiß dann wenn ich dich jetzt weiß dann bist du auch infiziert das heißt das heißt es halt dann ich hab nicht viel zeit ich spüre wie es aus mir heraus brechen will wenn ich dich jetzt weiße und es heilt dann dann muss ich küsse töten du tötest nicht kris du tötest einen werwolf und rettest dein leben und meins und das von max und anderen beißen lassen und leben und kris töten oder verbluten in etwa entscheide wenn es geht tun wir es oder nicht ich glaube einer von uns sollte ein mensch bleiben dann stirbst du daran denkst du doch nicht du brauchst nur jemanden für die drecksabwarten sei still ist ja kein problem wenn ich und max deine freunde infiziert sind hauptsache nicht rein nicht mal um dich zu retten du blödes arschloch du blödes arschloch ich ein und das wird ich bin ich bin wonach wir hier genau suchen die meisten dieser karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden nur noch leere fahrwerk was uns nicht weiterhilft also suchen wir quasi nach allem was intakt ist sieht aus als hätten wir viel arbeit was versuch keinen lärm zu machen hast du schon was noch nicht so weiter problem verdammt das muss sich doch öffnen lassen vielleicht in dem aus schauen wir nach diese treckskerle hatten das alles geplant werden wir noch einer Dokumentation enden. Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Sorry, das war... ...ruslich. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Glaubst du, Serain ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Da. Also, hast du schon mal den Greifer? Na, nein. Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ob ich ein bisschen Schutz bekommen kann? Kannst du vergessen? Bitte? Nein, ich stehe hier auf dem Präsentierteller. Aber du bist tough, ich bin weich. Wenn etwas angreift, erschieße ich's, okay? Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Du kriegst das hin. Gut, okay, gut. 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 Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay. Mal sehen, wie das funktioniert. Okay. Wär nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ah, shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Großartig. Ja, äh, ich hab meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit. Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer. Oh. 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 Oh Gott! Stopp! Die Erlässenschaften, die Tränspärwolf und den Scheinauter! Nein! 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 Oh shit. Fuck. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin zu spät. Ich kann dich beißen. Sorry, das zu sagen, doch die Antwort ist nein. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Ist okay. Echt gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder ein Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fallen. Hm. Was ist das? Er weiß, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Shh. Vorsichtig. Yep. Was war das? Ich denke... Ich denke, das ist Chris Hackett. Es tut gut. Affleck! Oh Gott, nicht jetzt, nicht jetzt, komm schon! Silberbeschlag. Bobby, die Waffe! Hey! 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 Okay, versuch doch, Magenfresser, du gruseliges Stück Scheiße. Ich bin besser als du, komm schon! Nein! Ich bin besser als du, komm schon! Oh, Mann! Was? What the fuck? Wieso bin ich auf einen beschissenen Baum? Laura! Blut. Scheiße, wie komm ich jetzt runter? Na, jetzt weiß ich's! Oh, das war eine Minute. Oh, ja. Wo sind meine Klamotten? Ich glaub das alles nicht. Ich glaub das alles nicht. Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger-Motel. Oh, fuck! Oh, nein. Oh, nein! Oh, nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kaputt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht von dir Doch weniger als ich erwartete Ein Band eint uns, dich und mich Auch wenn der Vollmond wiederkehrt und der Fluch bestehen bleibt Diese Nacht ist vorbei Keine Sorge Ich werde deine Taten nicht vergessen Aber komm ja nie, niemals nach Hackett's Quarry zurück Steckst du deine Nase je wieder in Dinge, die dich nichts angehen Werde ich dich ewig verfolgen Wohin du auch gehst, ich werde stets bei dir sein Ich sitz dir im Nacken Auch wenn du mich nicht siehst Kehrst du jemals zurück? Jage ich dich bis an dein Lebensende Oh, I could hide But it rings And I rise Wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold And it stings Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen You once thought of me As a white knight on his steed Now you know how happy I can be Oh, and a good time starts and ends Without a dollar one to spend But how much, baby, do we really need Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Cheer up, sleepy Jean Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Cheer up, sleepy Jean Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Cheer up, sleepy Jean Cheer up, sleepy Jean Leichentürme nach Sommercamp-Massaker Was sagst du dazu, Anton? Warum türmen sie die Leichen auf? Wie viele? Ich meine, man braucht sicher Dutzende von Leichen für einen Turm Anton, ich glaube, du nimmst das zu wörtlich Hier widerspricht dein wissenschaftlicher Ansatz meinem kreativen Ansatz Ich schätze, der Journalist hat sich etwas künstlerische Freiheit erlaubt Tja, dann gestatte mir die künstlerische Freiheit zu sagen, dass der Artikel stinkt Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema Ist das nicht schon drei Monate her? Ein alter Hut Zuerst das Intro, Anton Hier ist Bizarr oder Banal Der Podcast über Paranormales Ich bin Grace Und ich bin Anton Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens Genau das sind sie, alltägliche Ereignisse des echten Lebens Hinter denen aber spirituelle übernatürliche Einflüsse liegen Nein Also, Hackett's Quarry Ja Ich glaub's nicht Was? Ich kann dir nicht folgen Wer gibt sich denn mit mysteriösen Umständen zufrieden? Nach nur drei Monaten schließen die den Fall? Das kauf ich ihnen nicht ab! Das kauf ich ihnen nicht ab, zählt aber nicht gerade als Beweis Finde ich schon Irgendjemand hat was zu verbergen Die Hackett's? Das ist es ja Sie sind verschwunden Nicht mehr zu erreichen Das Camp ist dicht Und sie sind untergetaucht Würdest du das nicht, wenn das alles unter deiner Aufsicht passiert wäre? Klar, nur Das kommt mir voll verdächtig vor Also machst du eine Verschwörung daraus Ich sag nur Die Hackett's sind eine alteingesessene Familie Mit vermutlich sehr guten Verbindungen Okay, ich glaube, du traust ihnen zu viel zu Das ist sehr weit herge... Die schmieren bestimmt Senatoren Jetzt hör mal auf So viel Kohle haben die doch gar nicht Das ist eine Hinterwäldler-Familie aus der Pampa Glaubst du echt, die könnten sowas abziehen? Ich glaube, sie haben Senatoren geschmiert Und alle zum Schweigen gebracht Senatoren Der Senator von Northkill wurde ganz sicher bestockt Klar Northkill ist ja auch voll das Machtzentrum Ich finde die Sache einfach nur total abgefuckt Ist sie ja auch, Grace Diese Kids wollten sich im Sommercamp eine schöne Zeit machen Und wurden ermordet Sie hatten das ganze Leben noch vor sich Aber so grausam es ist Manchmal sind die Dinge genau so, wie sie aussehen Manchmal ist ein Apfel nur ein Apfel Wo so viel Leben zerstört wurde Fragt man sich doch, ob irgendwas zurückbleibt Ein Echo von dem, was hätte sein können Vielleicht spüre ich das ja Es dreht sich nicht alles um Geister Ich meine ja nur, dass mysteriöse Umstände mir zu wenig Erklärung sind In dem Wald spukt es doch offensichtlich Die Storys vom letzten Mal, weißt du noch? Die Hexe von Hackett's Quarry? Die unerklärlichen Tragödien an diesem einen Ort? Oh, oh! Ich glaube, mir schwant da was Vielleicht ist es ein Fluch Ja, oder auch nicht Aber Anton Anton, nicht zu fassen, dass wir das nicht bedacht haben Es ist bestimmt ein alter Fluch Was haben die Hacketts getan, um so einen Fluch auf sich zu ziehen? Vielleicht zu viele Mörder reingelassen? Ah, ein klassischer Fluch Der Mörder auf ein Gelände lockt Anton, das gefällt mir Das ist ein guter Ansatz Endlich denkst du wie ich Ja, nee, so weit kommt's noch Okay, schieß los Was hast du noch für mich? Tja, äh, eigentlich nichts Echt? Echt jetzt Keine neuen Beweise oder Erkenntnisse, die Licht auf diesen Fall werfen? Nope Das ist ja voll der Downer Yep Du hast also echt gar nichts, hm? Absolut nada Wozu sind wir dann hier? Weiß nicht Das Ende war irgendwie so offen und ich wollte Die Klappe zumachen? Ja, von mir aus Hacketts Quarry Bizarre, aber banal Nach allem, was dort passiert ist, hätte es doch möglich sein müssen, wenigstens ein paar Beweise aufzutreiben Wie kann man so überhaupt gar nichts finden? Selbst bei oberflächlicher Betrachtung sollte man doch irgendwelche Beweise finden können, aber... Das deutet auf einen Mangel an Neugier hin, der echt besorgniserregend ist Als hätte man es gar nicht versucht Ja Oder absichtlich vermieden, Beweise zu finden Oder wäre bloß faul gewesen Faul, dumm Ich sag ja nicht, dass das nicht seltsam war Nur kann ich nicht guten Gewissens behaupten, dass da noch mehr ist Hier habt ihr es zuerst gehört, Leute Das Hacketts Quarry Sommercamp bleibt geheimnisumwoben, weil mein Kumpel Anton Wir sind wirklich nur Freunde für alle, die in den Comments nach unserem Verhältnis gefragt haben Weil sich Anton nicht überzeugen lässt Ich hoffe, er hatte trotzdem Spaß Und keine Sorge, wir jagen weiter nach übernatürlichen Ereignissen Oder natürlichen Ereignissen Übernatürlichen Ereignissen Die interessieren uns mehr, weil über viel besser ist In der Hoffnung, einmal eines beweisen zu können in bizarr oder banal Aber fürs Erste sollten ein paar Dinge wohl verborgen bleiben Die Einzigen, die die Wahrheit kennen, sind diejenigen, die diese Sachen erleben Und wir hier sind froh, dass ihr uns zuhört Danke und bis zum nächsten Mal, Banalida Hör auf, sie so zu nennen Hör auf, sie so zu nennen Und wir sind froh, dass ihr nicht tragelegt seid Und wir sind froh, dass ihr nachher weiß, was ihr seid Untertitelung des ZDF, 2020